Hi, ich bin Mila und mein magisches Hostie-Morphel kann sich in alles verwandeln, was ich will. Schaut mal die Feuerwehrleute an! Schaut mal die Feuerwehrleute an! Ja! Jetzt müssen wir ein Feuer finden. Ich sehe keine Feuer. Aber ich sehe Rauch. Und wo Rauch ist, ist auch Feuer. Oh nein, was habt ihr getan? Oh, jetzt können wir nicht mehr grillen. Entschuldigung. Warum spielt ihr nicht woanders Feuerwehr? Wir müssen ihm helfen, vom Dach zu kommen. Keine Sorge, Bauarbeiter Lorenz. Jetzt steckst du nicht mehr auf dem Dach fest. Ich stecke fest? Ich habe auf dem Dach gearbeitet und einen Schornstein gebaut. Oh-oh! 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 Ich habe von einer Feuerwehr gehört, die den Leuten nicht hilft. Seid ihr das? Überlasst das der richtigen Feuerwehr. Okay? Mila, Morphel, da seid ihr ja. Die Stadt braucht eure Hilfe. Feuerwehrmann Gerben wollte ein Kätzchen aus den Flammen retten, als er auf dem Dach stecken blieb. Oh nein! Verwandle dich wieder in ein Feuerwehrauto. Danke, Morphel. Jetzt kannst du die Flammen löschen. Ihr habt mich gerettet. Ich habe mich geirrt. Ihr seid echte Feuerwehrleute. Ja! Ja! Juppie!